Also wir unterwegs in Friedrichshain und dann habe ich in einen Laden so reingeguckt und dachte, uh, krasse Unterwäsche. Das könnte mal für ein neues erotisches Abenteuer zwischen mir und meiner Freundin passend sein. Gehe also in den Laden rein und sehe so Leopardenunterwäsche, pinke Unterwäsche, dann so Seidenunterwäsche. Und dann gucke ich erstmal, wie der Laden heißt und der Laden hieß Schöner Bluten. Über Sex, Liebe und Erotik.